Mariano Martin Alonso war ein spanischer Fußballspieler. Er war einer der besten Stürmer in der Geschichte des FC Barcelona, für den er von 1940 bis 1948 spielte. In dieser Zeit erzielte er mehr als einen Treffer pro Spiel, insgesamt 188 Tore in 167 Spielen. Er ist mit 124 Pflichtspieltoren der fünft erfolgreichste Schütze aller Zeiten bei Barca und in der Saison 1942-43 still mit 30 Treffern in 23 Spielen auch. Der erste Spieler Barcelonas, der Torschützenkönig in der Primär-A-Division wurde. Sein sehr impulsives Auftreten vor dem Tor führte im Februar 1944 zu einer schweren Verletzung am Knie, von der er sich zwar erholen konnte, aber später nie wieder seine Form vor der Verletzung erlangte. Am Ende seiner Profilaufbahn spielte er von 1948 bis 1950 bei Gymnastik de Tarajoa und von 1950 bis 1951 bei Ue Sankt Andreu. Erfolge Spanischer Meister 1945-48 Spanischer Pokal 1942 Cupa de Euro- clinics 1945 Cupa Eva Duarte 1948 Torschützenkönig in der Primär-A-Division 1943 43